Es kracht vor Gericht zwischen Conor McGregor und seinem ehemaligen besten Freund Artem Lobov. Artem Lobov war nicht irgendein Freund von Conor McGregor, sondern er war tatsächlich der Grund, warum es zwischen McGregor und Khabib damals eskaliert ist. Artem Lobov war die Person, die Khabib Magomedov geklatscht hat, weswegen McGregor dann nach New York geflogen ist und den Bus von Khabib angegriffen hat. Artem Lobov hat mittlerweile Conor McGregor angezeigt und die beiden sind in einem Gerichtsprozess, wo Artem Lobov jetzt den ersten Prozess gegen Conor McGregor offiziell gewonnen hat. Artem Lobov verlangt nämlich 5% von Conor McGregors Einnahmen von seiner Whisky-Firma Proper 12, als McGregor diese im Jahr 2021 für über 100 Millionen US-Dollar verkauft hat. Artem Lobov möchte mehr als 5% haben, McGregor hat ihn nur mit einem Prozent, sage ich mal, abgefunden.